hallo liebe tiefste freunde zu einer neuen ausgabe von anstoß der fußballmanager ja wir müssen irgendwas tun da um da hinten rauszukommen ja ich probiere es jetzt mal mit neuen takt ich weiß es nicht mal schauen wir machen mal weiter irgendwie ist da der wurm drin im spiel noch das kann ich mir nicht vorstellen dass wir wirklich so schlecht sind im vergleich zu anderen mannschaften die taktik ist so bei mir könnte natürlich auch heute machen wir machen wir spielen mal wieder wir bringen so vorlieger angriff genau reichs pressing gegen pressing also auch wir werden hier mal gucken dass wir hier in der mitte gut stehen ja ist richtig aber keine offensiven gehabt team die mir kommt hier ja die mir kommt hier hin so genau okay let's go hier von den stärken hier sind wir klar besser wir machen auf sieg schwindertorschuss aus der brücke das kann es nicht sein ja 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wahnsinn. Der Ausgleich. Ich werde verrückt. Ähm, konzentriert weiter so. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wir gehen in Führung. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Nein. Es will nicht gelingen, der Sieg. Verrückt. Weiter geht's. Aber der Weg ist schon mal richtig hier. So. Wir machen weiter. Moment. Training. Ich will hier weiter schauen, dass wir uns erholen. Damit die Frische zurückkommt. Genau. Genau. Oh, hey. Sehr gut. Erkältung. Nasen beim Bruch. Weglasse. So. So. Ja, wir bleiben so. Den Dahlmann könnte man mal hier draufsetzen. Ja. Okay. Gut. Let's go. Auch da sind wir wieder besser als der Gegner. Vom Schnitt her. 9,1. 6,8. Das kann doch nicht nur an der Frische liegen, oder? Konditionen. Schon mal hier. 8. Und wir haben 95. Also irgendwas ist hier merkwürdig an der ganzen Geschichte. Oh. Wir haben die Chance. Oh. Schönes Ding. Oh. Schönes Ding. Echt. Sch wingeltypen. und dieistes gegen das whaten Sie ihn. Mhm. Dann najle mal hier. Seh. Musik. Na ok. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Jetzt hinkt das Spiel wieder. Warum? Oh, oh. Ja. Jetzt hat es wieder einen kleinen Hänger da drin, der Spiegel. Ja, komm, auf geht's. Nicht hängen. Spielen. Über einmal die Führung ist. So, meine lieben Zuschauer, ich musste das Spiel neu starten, hilft nix, ging nix mehr. Ja, mit der Folge, dass ich das Spiel davor nochmal machen musste, das habe ich jetzt komischerweise gewonnen, ne. Und jetzt bin ich wieder in diesem Spiel, wo wir vorher erschienen geblieben sind, und bin jetzt in der Halbzeit, es steht 1-1. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht, wir wollen natürlich die Spieler antreiben. Die Plätze 2-18 sind kein Ziel, das Ziel heißt, Entschuldigung, das Ziel heißt Erster werden. Ja, das ist eine gute Sache. Warte geht's. Also ab und zu, ja, kleine Macken hat das Spiel, aber gut, ist immer noch in Early Access, immer noch in der Überarbeitungsphase. Aber dass ich das Spiel davor jetzt gewonnen habe, nach dem Neustart, macht mich schon ein bisschen, ja, unsicher. Ich kann ja nicht jedes Mal neu starten, da werde ich ja wahnsinnig rein, das wollen wir nicht. Wir spielen jetzt einmal durch, und wenn es so ist, dass wir abschränken, dann schränken wir eben ab, hilft nichts. Auswechslung, so, wir wechseln mal aus, ähm, wir nehmen den raus. Auswechslung, so, wir nehmen den Ticket raus, und den Tal manchmal hier rein, genau, und go. Nein, nicht für Halle. Ah, nein, nicht für Halle. Ich glaube, das wird nichts. Viel verloren. Wunderbar. Ballbesitzer hier, 72%. Höre. So, nächste Woche. Training. Schaut's mit der Frische aus. Nicht so ganz doll. So weiter. Aha. Ja. Hört. So. Schauen wir mal. Ja, wir bleiben so. So. Wie, dann können wir hier noch einsetzen. So. So. Warm up. So. So. whoop. So. So. Wo ist jetzt schon? So, ich bin nur noch mal Pause. So. Wie ich sagen. So, so. Das war's. Cool. Wir sind hier deutlich besser, schau dir mal das hier an, frische, wir haben keine frische hier und deswegen kommen wir nicht zurande hier mit Torenschüssen. Ich verstehe das Prinzip nicht so ganz. Ah, Tore schwarze, super! Weiter so. Mein Sieg wäre jetzt super. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ein Riesergut. Den Nenat vielleicht. Hören wir mal den Geppert rein. Den Brun. Und vorne den... Jekka. Komm schon, ein Sieg, das ist ja Wahnsinn. Yes. Ich werde verrückt. Wir haben ein Spiel gewonnen. Wahnsinn. Und was für eins. 1-0. Ja, das war's an dieser Stelle. Etwas, wie soll man sagen, holprig das Ganze hier. Aber gut, wir haben es noch einigermaßen gemanagt. Wir kämpfen weiter. Wir werden hier nicht Tabellenletzter oder Vorletzter werden. Ich will da schon vorne mitspielen. Also, deshalb Daumen da lassen, Abo nicht vergessen und rechts um die Playlist für die ganze Staffel. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö.